Es hat mir sehr Spass gemacht, den Deutschkurs zu koordinieren in Zusammenarbeit mit der Kursleitung, weil ich einfach ganz klar den Nutzen darin gesehen habe. Ich wollte unsere Leute weiterentwickeln und ihnen den Arbeitsalltag erleichtern. An unseren modernen, mit Tablets ausgerüsteten Arbeitsplätzen sind produktespezifische Anweisungen jedem Auftrag hinterlegt. Die Leute müssen den aktuellen Status der Anlagen auf dem Schichtbuch aufführen und beziehungsweise auch am Shopfloor-Board an den Shopfloor-Meetings präsentieren können. Das fordert natürlich eine gewisse Sprachkompetenz von unseren Mitarbeitenden. Um unseren Mitarbeitenden die Aufgaben zu erleichtern, hat unsere Firma einen Deutschkurs organisiert, wo sich unsere Leute freiwillig anmelden konnten. Meine Aufgabe in dem Ganzen war, mit dem Kursleiter zusammen praxisbezogene Aufgaben in die Schule zu integrieren. Schon kurz nach dem Start des Deutschkurses konnten wir feststellen, dass die Leute viel weniger auf unsere Führungskräfte zukommen und Fragen zu den ganzen technischen Anweisungen haben. Was mir auch noch auffallen ist, ist die Teilnahme an den Shopfloor-Meetings. Die Leute haben keine Hemmungen, vor ihren Teamkollegen zu stehen und auch etwas zu präsentieren.